So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn es geht heute um Daddy's Home 2. Und ich dachte mir, oh mein Gott, eine Fortsetzung von dem Film, der eh schon etwas unterdurchschnittlich war. Aber ich wurde überrascht und es ist wirklich sehr lustig geworden. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Wir haben Brad und Dusty, die sich mittlerweile richtig gut verstehen und Daddy Co. sind. Also so, sie kooperieren sehr gut zusammen, sie sind Kumpels und ja, beide lieben ihre Kinder sozusagen. Und dementsprechend verstehen die sich gut. Dusty will nicht mehr der super coole Vater sein. Und Brad versucht auch nicht gezwungen cool zu sein, sondern die haben beide ihre Stärken. Und Dusty ist so ein bisschen coolerer, lockerer geworden und nicht mehr so der Möchtegern-Typ. Allerdings, das Ganze wird ähnlich wie bei Bad Moms 2 ein bisschen getoppt zu Weihnachten, denn die Väter kommen zu Besuch. Also Dusty, sein Vater, gespielt von Mel Gibson, ist so dieser coole Rocker-Typ und ey, ich bin der geilste und so nach dem Motto. Und ey, du musst deine Kinder hart erziehen, keine Kinder, keinen kleinen Kinderkram. Und ja, Brads Vater ist eher so der, ey, ich bin der coole Opa, ey, ihr seid immer Kinder und die Kinder lieben ihn halt. Und ja, da ist dann auch so ein bisschen Rivalität mit drin. Aber man muss auch sagen, es ist nicht so krass wie im ersten Teil. Diese Rivalität ist da, aber sie wird ein bisschen ausgebremst, dass sie nicht so übertrieben krass ist. Und man muss auch sagen, Will Ferrell ist hier wirklich lustig. Und was in anderen Filmen manchmal so gezwungen ist, ist an manchen Stellen hier auch, aber so insgesamt funktioniert es relativ gut, muss man sagen. Also insgesamt, storytechnisch sind wir hier bei einer soliden Komödie bei 3 von 5 Punkten. Mich stört an, es wären vielleicht sogar mehr gewesen, wenn es nicht unbedingt Weihnachten gewesen wäre, weil irgendwie nervt es mich, dass alle Fortsetzungen irgendwie an Weihnachten spielen müssen. Aber so im Grunde ist es eigentlich ganz lustig und die Rivalität ist nicht so aufgezwungen, sondern eher angenehm und immer mal wieder lustig zu sehen. Dementsprechend, ja, ganz cool. Vor allem, es gibt auch eine kleine Rivalität, ja, zwischen den Kindern, aber ich will nicht zu viel verraten. Und ja, schauspielerisch muss man sagen, Will Ferrell ist klassisch Will Ferrell, nicht überragend, aber lustig. Mark Wahlberg spielt einen sehr sympathischen Familienvater, auch relativ überzeugend, Mel Gibson ebenso. Und John Lightgo ist auch überzeugend, aber muss sagen, auch insgesamt, der Cast ist nicht übermäßig groß und heftig, sondern es ist alles in Ordnung und nicht überragend, aber wirklich solide. Deswegen auch hier 3 von 5 Punkten geht alles klar. Technisch muss man sagen, ist eine solide Komödie, gibt es nichts großartig Besonderes. Und er hat kein Herausstellungsmerkmal, wo man sagt, boah, das ist wie bei Bad Moms so, dass die Slow-Motion-Sachen sind. Sondern es ist einfach eher so, es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Deswegen auch 3 von 5 Punkten. Der einzige Mensch, der dein Weihnachten ruinieren wird, sieht dich direkt aus diesem Spiegel an. Daddy's Home 2, mehr Väter, mehr Probleme. Hat mich überrascht. Ich habe mir wesentlich weniger von dem Film erwartet, weil ich den ersten Teil echt nicht gut fand. Der zweite Teil ist jetzt kein Überflieger, aber er ist in Ordnung, er macht Spaß und ja, man kann sich den mal angucken. Er ist leider in 16 zu 9 gedreht, was mich wieder persönlich nervt. Das ist einfach kein Kinofilm, sondern mehr für Home-Entertainment gemacht. Und es wäre auch kein Unterschied, wenn der jetzt einfach nur für zu Hause rauskäme, muss man ganz ehrlich sagen. Dementsprechend ist der Film ganz nett, nicht überragend. Von meiner persönlichen Meinung her sind wir hier bei 3 von 5 Punkten. Ist ein solider Film, eine solide Komödie. Insgesamt sind wir hier dann halt bei 12 von 20 Punkten, was ja nicht überragend ist, aber in Ordnung geht, weil es wirklich kein schlechter Film ist. Aber für eine Komödie ist es halt, ja, es ist Durchschnitt. Es ist keine übermäßig gute Komödie, aber auch keine schlechte. Es ist halt so ein Zwischending und wer den ersten Teil mochte, wird auch hier Spaß haben. Und die anderen müssen sich den nicht im Kino angucken. Das reicht auch vollkommen zu Hause. Und ja, mehr kann ich zu dem Film eigentlich gar nicht sagen, weil er ist an manchen Stellen echt lustig, an manchen Stellen auch ein bisschen derbe. Aber auch jetzt kein Fäkalhumor oder so, sondern im Sinne von ein bisschen krassere Sachen, was alles aber im Rahmen ist und auch kindgerecht. Dementsprechend, ja, man kann sich den angucken, ist ganz unterhaltsam. Das war es soweit mit meiner Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut doch auch auf dem Kanal vorbei. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ja, schreibt doch in die Kommentare, was ihr vom ersten Teil haltet. Freut ihr euch auf den zweiten Teil? Mich nervt persönlich, dass es immer am zweiten Teil fast Weihnachten sein muss. Padding hat eine Ausnahme gemacht. Aber ja, das ist halt leider so bei Komödien immer ein bisschen schade. Das war es soweit mit dem Video. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzucken. Ciao! Und dass Brad jede Männlichkeit fehlt? Ich meine, sein Wabbelkinn, der weiche Unterbauch, das stört dich kein bisschen? Wisst ihr, mich beschleicht gerade das Gefühl, dass ihr vielleicht lieber gerne allein wärt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020